Nein! Hörst du auf? So. Einer noch. Komm. Dich mach ich auch noch platt. Der hängt im Spinnennetz fest. Huh. So. Puh. Drei Creeper auf einen. Hier war jemand. Wo kommen sonst die Cobblestones her? Wollte man hier nicht ausleuchten? Oder hat ein Enderman die Fackeln geklaut? Ich weiß es nicht. Es geht doch mal voll nicht. In ein Eck reinlaufen, ein paar Cobblestones setzen und dann wieder ab dafür. Oh, Menno. Da muss ich wirklich böse werden. dieses Wochenende oder nächstes Wochenende, weil heute ist ja doch Sonntag. Oh, Mann. Es geht ja mal voll nicht. Voll nicht. Dann haben wir hier alles. So. Achso, da unten könnte ich auch wieder ausleuchten. Pum. Hell genug. Guck. Die Ecke ist mir zu dunkel. Und wenn ich hier Tausende vom Fackeln verbrate, das ist mir Wurst. Mich juckt die Nase schon wieder. Man hört es, oder? Hört man es. So. So, ich guck mal rum. Da oben ging es weiter. So, haben wir hier was in der Kiste? Ja, Gunpowder. Nehmen wir mal mit. Vielleicht machen wir ja mal eine Explosions-Action. Wenn uns mal ein Häuschen nicht mehr gefallen sollte, so eine kontrollierte Explosion. Nur der Turm wird nicht ganz so einklappen. Das ist irgendwo schade. So, nicht so physikalisch korrekt und so. Wenn da auf einmal ein paar Blöcke schweben von dem Haus. Oder generell schwebende Blöcke. So. Ich baue mich einfach mal hier querbeet rum. Was ich sehe, da gehe ich rein. Wenn ich nichts sehe, bleibe ich stehen. Ja gut, so auch nicht. Aber... So. Fangen wir alles mal wirklich safe ausleuchten. Das Eck da unten sieht auch aus. Dass man da noch nicht unten war. War man aber. Das kommt mir sehr bekannt vor. Gut, vielleicht habe ich auch selber nicht ausgeleuchtet. Man soll mich an den Pranger stellen, wenn ich es war. So. Ah, hier bin ich auch reingekommen. Hier habe ich ja angefangen. Dann kann ich ja wieder zurückgehen. Ja, ja. Kann ich wieder zurück hier. So. Dann suchen wir hier weiter. Wieso habe ich eigentlich nicht mein Schwert im Anschlag? Das wäre ein bisschen sicherer. Was habe ich denn jetzt hier gesehen? Ich schiebe hier schon Paras. Also. Minecraft in der Höhle auf Dauer ist jetzt nicht unbedingt mein Metier. So. Alter, da wäre so viel Kohle an der Decke. Aber wird nicht damals hier die Diamanten gefunden? Oder vertue ich mich hier gerade? Weil Diamanten wären schon noch mal geil. Dass man ein bisschen was machen kann. So eine Diamantrüstung vielleicht. Die wäre ja für ein End nicht unbedingt so verkehrt. Also wenn wir irgendwann mal in den End gehen, dann wäre so eine Diamantrüstung oder eine zweite Auflager echt geil. Also eine zweite im Inventar dabei. Ein bisschen was zum Fressen. Tausende auf Pfeile. Ja und dann up in the end. Das wäre es jetzt gewesen da rein zu plumpsen. Das wäre Master Chief mäßig gewesen. Da ist sterben unklug. So ich hätte in der einen Kiste hätte ich alles zwischenlagern müssen. Also unser Basislager was wir uns gebaut haben im 300er oder in den 300er Folgen. Also in den ersten 300er Folgen. Also 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306. So weit ging's together. Glaub ich jetzt mal. Sicher bin ich nicht. Google nach. Oder nicht googeln, weil das find's nicht auf Google. So bin ich ja doch noch nicht auf Google bekannt. Auch wenn die meine Anschrift haben, aber so. Jo, gut. So, jedenfalls wir haben uns sehr über die Session gefreut. Die machen wir auch nochmal. Also so machen wir schon mal wieder. Vom Ein Together ist ja momentan eh schon in der Mache. Da warte ich ja eigentlich mehr oder weniger nur, dass Anno fertig wird und dann haue ich das raus. Aufmerksame Zuschauer dürfen wissen, was ich meine, was für ein Let's Play wir machen. Also was Together mäßig gemacht wird. Also aber nur leider Julia Trin und ich Ecke 85 ist nicht unbedingt immer so abkömmlich. Also da hilft ja nicht. So, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier immer im Kreis laufe. habe ich so den dumpfen Eindruck. Ah, das Gold wollte ich doch auch irgendwann mal mitnehmen. Irgendwann mal. So, deswegen nehme ich es jetzt auch nicht mit, oder? Ich bin furchtbar. Ich will am liebsten jeden Block zweimal umdrehen im Prinzip, dass ich hier wirklich alles habe. So, ich habe doch hier oben noch irgendwas gesehen. Ich glaube hier. So. Ja, natürlich. Ich komme hier hoch, dass du mich begrüßen kannst, du Drecksack. So. Das war mein einziges Ziel, dass ich hier hochkomme, um, dass du mir auf den Sack gehen kannst. Aber so richtig, Junge. So. Wir sind schon wieder Gleise. Brauchen wir nur noch Tunnels. Super, Lava am Ende des Gangs Zumindest Schienen Kann ich wieder nicht mitnehmen Was brauchen wir denn nicht? Den Feuerstein können wir eigentlich brauchen So, die Zombie-Händchen Wir haben ja keine Hunde an, die wir es verfüttern können Also für was brauche ich dann so ein helfendes Händchen? Oder ein eiskaltes Händchen Wie man es halt nimmt So, hm, wo gehen wir denn lang? So, ba, erstmal hier runter Und dann gucken wir mal Inventar ist ja auch schon wieder relativ pralle gefüllt Kohle ist jetzt nicht unbedingt so viel hier Haben wir Warten im Ofen? Nö, haben wir nicht So, puh Ich bin hier gerade ein bisschen verplant Aber ich glaube im Groben und Ganzen Haben wir hier schon ziemlich was erkundet Also da ist glaube ich nicht mehr allzu viel So, außer ein Haufen Verwirrung in meinem Kopf Ist hier nichts mehr Also die Kohle da noch Und die Kohle natürlich Aber ich bin an dem Schildicke Mörderhöhle noch nicht mal vorbeigelaufen Nicht mal annähernd Also ich glaube da hinten geht es noch weiter, wenn es wäre So 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 Da haben wir ja auch noch was Juhu, juhu So Kommst raus hier Kannst raus gucken So Dann haben wir hier schon wieder Endlich mal Kohle So Und was werfen wir jetzt aus dem Inventar Das wir nicht brauchen können So Ich glaube den ganzen Lapis können wir drauf scheißen Weil Lapis ist jetzt auch nicht so wichtig Der Rohstoff für mich Und um scharfe blau zu färben Habe ich glaube ich genug Lapis Ja Ich kann entscheiden Dass doch mal was zu viel für einen ist So Hier ist nichts mehr Dann ist die Ecke auch mal wieder erkundigt So Da gehen wir mal hier hinter Oder hier hinter So Scheiße Da ist ein Gleis Da sind auch ein paar Gleise Ah hier auch Cool Gehen wir mal hier runter Und nehmen wir die mit Weil die gerade so So Sicher rumliegen Da Abhinne ich mich doch mal mit vollen Händen So Ich brauche einen Haufen Gleise Brauche ich definitiv noch Da habe ich noch was vor damit Da habe ich schon Ideen Also ich habe jetzt wirklich Ideen Okay Das sind Ideen Also Puh Wirklich Die Die werden Eine Zeit In Anspruch Nehmen Und da ist so eine Gleistour eigentlich auch nicht so verkehrt Weil produzieren will ich die alle nicht Wir werden auch sicherlich auf einen Haufen Kohle Auf den Haufen Eisen stoßen Wenn wir dieses Projekt verwirklichen Und ja Um ehrlich zu sein Dann können wir auch ein bisschen mehr nachts spielen Wenn wir das gebaut haben Wenn wir mit dem Projekt fertig werden Ich höre da schon wieder was So Ich gehe mal die Richtung runter Was haben wir denn hier Schönes Hier habe ich mich zumindest irgendwann mal rüber gebaut Natürlich ist die Kiste leer Wie konnte es denn auch anders sein Aber die Kiste ist leer So Ich gucke mal kurz wie es mit dem Kies aussieht Kies Achso ich habe einen angefangenen Stack Dann machen wir doch direkt mal den Stack noch voll Also ich gucke jetzt wirklich explizit Welche Stacks ich voll machen kann Oder machen sollte Ich will ja doch mit vollen Taschen heim gehen Und nicht nur mit so halb vollen So Dann Geht es ja voran Und ich habe gerade wieder eine Idee Was man noch so bauen könnte Was haltet ihr eigentlich vor so einem Labyrinth aus 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 Laub Also Als Heckenersatz Also wirklich Laub nehmen Und ein geeignetes Flättchen suchen Wo wir ein Ding bauen Ein Irrgarten Also es soll schon ein bisschen größer dimensioniert sein Dann muss ich mich halt hinsetzen Dann muss ich mich halt hinsetzen Mir eine Skizze anfertigen Wie die aussehen sollte Und dann bauen wir den Wird zwar eine Zeit dauern Aber Längere Projekte Ist ja jetzt auch nicht so schlimm Ich bin der Meinung Dass ich solche reißen kann Mittlerweile Vor allem wenn ich weiß Ich habe ein längeres Projekt Dann spiele ich länger Dann habt ihr nicht so viel Tschaus und Hais Wie sonst immer Und ich komme endlich mal auf mein Dings Also auf mein Level Was ich haben will Also ich werde Um ehrlich zu sein Bis ich die nächste Aufnahme start Werd ich schon Ding Äh Werd diese Folge glaube ich Noch nicht draußen sein Ich spiele doch schon wieder Eineinviertelstunden Das sind fünf Folgen Also das wäre Nächste Woche Samstag Ja nächste Woche Samstag Was der ja hochkommt Also am 21. Oder Nee am 22. Nee 21. Tut mir leid Am 21. Dürfte diese Folge hoch sein Wenn ich recht habe Schreibt es mir Wenn es nicht stimmt Lacht mich bitte Per Kommentar aus Danke Dann habe ich mir jetzt Volle Kanne verrechnet Oder ich mich total verschnipselt Und da zählt nicht Dass ich hier wieder Lücken lasse Also Nee nee Das mache ich diesmal nicht Das Äh Das letztlich war Versehen Da ist mir Was war Ja genau Ich habe ein Laptop Abgestellt zum Hochladen Auf dem Tisch Wie man es kennt Und aus Versehen Und aus Versehen Bis jetzt ist es Halb 2 in der Früh Jetzt brauchst du auch nicht mehr Anfangen hochzuladen Naja Bis zum nächsten Mal